Ein weiterer Ehrensalut geht raus an alle Ärzte, Ärztinnen, Pfleger, Pflegerinnen, sei es in den Spitälern, sei es in den Alters- und Pflegeheimen für ihre Hilfe, dass sie so hart arbeiten, um uns allen zu helfen, die Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Und das gilt gleichermaßen auch zum Beispiel für die Leute, welche in der Lebensmittellogistik arbeiten, und uns mit Lebensmitteln versorgen, obwohl heute gerade mehr gekauft wird als in der Vorweihnachtszeit. Weiter glaube ich, im Namen vieler sagen zu dürfen, dass wir auch stolz sind auf unsere Polizisten, welche ihren Dienst versehen und ohne Masken arbeiten, damit es eben in den Krankenhäusern genug Masken gibt für die, die sie wirklich brauchen. Damit möchte ich dann auch zum Schluss des heutigen Videos kommen. 97% werden auf jeden Fall überleben, auch wenn sie krank werden. 80% von denen, die krank werden, merken nicht mal, dass sie krank waren oder dass sie Covid-19 überhaupt hatten. Und das sind doch verflucht nochmal gute Nachrichten. Wer was Sachliches zu sagen hat, wer eine ehrliche Meinung kundtut, der darf das sehr gerne tun. Nicht jeder muss meiner Meinung sein. Wenn ihr meiner Meinung seid, dann tut das natürlich gerne kund. Wenn ihr anderer Meinung seid, tut es auch kund. Aber denkt dran, wie es LeFloid immer so schön sagt, wer ficken will, muss freundlich sein. In diesem Sinne, merci fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao zusammen! Bis zum nächsten Mal! Ciao!